hallo schön freunde willkommen zu einer brandneuen folge von made of scare beim letzten mal ist viel passiert wir sind dem onkel begegnet und haben ihn den schlüssel geklaut wir haben ihn irgendwie unter strom gesetzt und ich weiß jetzt nicht wo der rumtanzt du kommst nicht hier rein übrigens guck mal unten auf meine leben ja ein schlag ich bin tot nach vogelschüsse ich habe gerade gelesen vogelgesicht uns fehlt noch zwei zylinder für uns noch noch einen notenblatt und wir müssen auf den dachboden so wir müssen aber jetzt zuerst da unten diesen zylinder nachholen heißt ich muss erst mal überall dadurch entweder da oder direkt da unten ich glaube der weg der ist ein bisschen einfacher aber wie gesagt ein schlag ich bin tot darf ich mal durch wie komme ich denn jetzt da raus muss rennen da vorne jetzt lang ganz langsam und in aller ruhe ich habe ihn gehört ich habe ihn gehört der verfolgt mich ja anscheinend ständig heißt er weiß immer wo ich mich befinde der versucht hat nur immer dahin zu gehen wo ich gerade bin bei dem bringt es nix leise zu sein oder auch dieses atom ding da was ich bei mir trage bringt bei dem auch nix hat sie die letzte folge nicht gesehen habt hallo wo bin ich jetzt noch mal nach da unten ach ich bin im ersten stock ach nee muss ja erst mal wieder da nach oben also dieser onkel der ist der schlimmste von allen ich muss da oben vor allem ich laufe seit gefühlt 5 folgen hier rum ohne Heilung das Problem ist ja auch wenn du stirbst wirst du nicht wieder komplett aufgefüllt du wirst einfach dahin gesetzt wo du das letzte mal gespeichert hast mit der gleichen Energie mit der du gespeichert hast heißt selbst wenn du nur noch so ein bisschen Energie hast und speicherst du dann stirbst und wieder dort anfängst hast du immer noch die gleichen guckt euch das an ich brauche jetzt zwingend so einen Trank ansonsten bin ich direkt immer mit einem Dings tot so der läuft da vorne rum ich muss einmal komplett hier durch der ist da oben ich versuche jetzt einfach dahin zu rennen oder ne ich glaube ich speichere doch erstmal da hinten da rechts das mache ich so ich sehe aber auch gar nichts ne ich sehe aber auch gar nichts ne ich sehe wirklich absolut gar nichts ne die Sonne die knallt mir hin ins Gesicht ja gut ich bin auch selbst schuld wenn ich das noch tagsüber aufnehme ach so der ist hier hinter wo kommt er denn hier wo kommt er denn jetzt her ich habe den ganz gesehen ich habe den überhaupt nicht gehört reagieren auf geräusche versuche daher möglichst leise vorzugehen dieser fetter der onkel ja der hört alles der hört mein gehirn arbeiten also ich finde der ist wirklich ein bisschen overpowered der läuft hier rum verfolgt mich ständig hier gibt es auch nirgends ich fühle mich wie so ein in so einem hard modus hier hier ist ja irgendwie auch nichts ne natürlich ist die tür wieder zu ach das war vorhin noch nicht da so jetzt speicherst du da kommt der onkel heißt ich gehe da unten entlang wer denn jetzt hin gott sie rentner wo läuft er denn lang gehe ja da vorne in den raum bitte macht er sogar wirklich wo ist der der ist da vorne genau da vorne natürlich ich will da oben speichern da vorne da vorne da vorne wo ist der Nein! Wer ist das denn jetzt? Wo kommt er denn her? Da guckst du blöd, wa? Der hängt da irgendwie fest da oben. Ach der kommt nicht durch die Tür. Weißt du was ist mir egal, ich geh jetzt da vorne lang. Was ist das denn? Wo ist das Ding? Sirene. Der ist da vorne, der ist vor der Tür. Geh nach oben. Auf den Dachboden. Speicher. Was ist das? Eins. Ich bin auf dem Dachboden. Drei. Muss ich mir das jetzt aufschreiben, ich muss mir das merken. Äh. Eins. Drei. Ach nein. Was? Käfisch, Hund, Fisch, Vogel, Hirsch. Da fehlt ja ein Bild. Zwei. Vier. Zwei. Vier. Zwei. Vier. Zwei. Vier. Ich bin auf dem Dachboden jetzt. Und die fünf. das ist die Reihenfolge wie ich die Bilder gefunden habe. Soll ich das mal so spielen? Oder Moment, was sieht man denn da drauf? Ah, der Hirsch. Hirsch. Käfisch. Ach so. Äh, Moment. Also, 4 ist... Käfisch. Ja, okay, das wird wahrscheinlich auch so gehen. Was ist die 1? Der Fisch. Also, Fisch. Hund. Fisch, Hund, Vogel. Vogel. Das. Das. War nicht richtig. Fisch. Hund. Was? Noch mehr? Ja. Ja. Fisch. Hund. Vogel. Käfisch. Hä? Moment. Ist was... Ach so! Hallo? Speichern? Da vorne ist was... Das ist doch nicht das Ende. Das kann nicht das Ende sein. Guckt euch die... Die Phonographen an. Da fehlen noch ein paar. Vogelkunde? Sieh mich nicht an, du Monster. Argebucheintrag 2. Ach, die hat sich selbst eingeschlossen. Ja, stimmt. Ja. Unter Scarepoint? Der Höhle gelang. Wer hängt da denn? Da ist sie. Oder? Das kann nicht sein, sie ist es nicht. Ich hab's gewusst. Noll! Der Vater! Dein armer Hut! Der hat uns da irgendwo... Also auf jeden Fall, der Onkel ist der mit diesem... Normalen Hut, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie dieser Hut heißt. Und der... Äh, Vater ist der mit dem Zylinder. Gott! Wo bin ich denn jetzt? Nein, der Ding ist kaputt! Nehme mir die Dusakeller, oder? Nee. Ach Gott, ich bin ja ganz woanders. Oh Gott, flieh ich aus dem Hotel. Ja, wo mein Zylinder und mein Notenblatt? Was ist denn, Bernd? Ja, 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 ja... Ach. Moment mal, heißt das? Dass wir das... Wir tragen das die ganze Zeit bei uns. Achso. So, ist hier irgendwas? Ich hab wieder ein bisschen Schaden genommen. Hier ist doch die komplette Folterstation. Das ist rot. Jetzt seh ich absolut gar nichts mehr. Oh, Moment. Das ist doch der Medusakeller. Oh Gott. Hier geht die komplett kranke Scheiß ab. Was ist das? Mythologie. Sirene. Sirene. Wie ich schon lese. Ich stehe hier komplett unter Schock bei diesem Spiel. Ich lese schon so. Oh Gott. Äh, warte mal. Vielleicht... Also nee, okay. Ich hab nur Zeit. Äh, Moment. Was? Bevor ich da jetzt... Ah. Lang gehe, gehe ich erstmal zurückspeichern. Sicher ist sicher. Oh Gott. Der Schatten. Abspeichern. So, und jetzt renne ich einfach. War hier nicht gerade eben was? Ich bin da. Jetzt passiert irgendwas. Irgendwer kommt jetzt. Medusa. Da läuft wer. Ich hab's gehört. Ach, im Keller natürlich. Flieh aus dem Hotel. Findet die übrigen Notenblätter. Ganz toll. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich muss da vorne entlang und, äh, dann zurück. Ich muss da rein. Ich muss da jetzt lagen, ne? Okay. Lauf, 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 lauf. Tür auf. So, nach oben. Aber ich freu mich, ich würde sagen, den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Ich glaube, wir sind nah am Ende dran. Wir müssen jetzt noch, wenn wir, wir müssen noch ein Notenblatt finden. Ich habe leider vergessen, wie der Typ heißt, aber wir müssen noch ein Notenblatt finden. Das Problem ist nur, wir müssen da noch hin und wir brauchen noch diesen anderen Schlüssel. Heißt, beim nächsten Mal werden wir zur Orgel gehen, werden die vier Zylinder einsetzen und dann schauen wir, was passiert. Wir müssen irgendwie, uns fehlt noch ein Schlüssel. Und da unten ist irgendwie die Tür zu. Das ist aber der einzige Raum oder die einzigen Räume, wo ich noch nicht drin war. Deshalb, ich muss noch irgendwie da links da rein, weil das Untergeschoss ist komplett fertig. Die Gärten, die sowieso, hoffe ich. Das erste Stockwerk ist fertig. Und der zweite auch. Außer dieser eine Schlüssel da hinten noch, ne? Und Dachboden, ja gut. Also, beim nächsten Mal sehen wir dann also, wie es hier weitergeht. Wir fliehen. Oh oh, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal, bis zum anderen rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.